Hallo ihr Lieben, ihr seht schon die Utensilien da stehen und wer mich kennt, es wird das Epoxidharz werden und ich nehme euch zumindest zum Anfang ein bisschen mit, wie ich es jetzt mache und erzähle euch da nochmal ein bisschen was zum Epoxidharz und genau. Also ihr seht schon die wichtigsten Sachen, nehme ich die Handschuhe, dann eine Waage. Ich habe zu Anfang immer mit einer nicht ganz so genauen Waage das Ganze abgemessen, aber mittlerweile habe ich mir so eine Waage genommen, die halt auch Nachkommastellen ganz gut darstellt und dann gibt es das Epoxidharz. Das besteht aus zwei Komponenten, einmal vom Hertha und einmal vom Harz. Und ich nehme immer das von Resin vor Dekor. Das ist für mich so das, womit ich angefangen habe und bisher einfach auch hängen geblieben. Ich mag es halt sehr aufgrund dessen, weil die Bläschenbildung sich schon sehr an Grenzen hält, außer ich provoziere natürlich extrem, weil ich dolle gerührt habe. Aber ansonsten finde ich, ist das unheimlich angenehm von der Verarbeitungsweise her, von der Flüssigkeit her. Und ich habe jetzt ein anderes von Resin vor Dekor und das muss ich sagen, finde ich ein bisschen schwieriger. Da ist so eine mittlere Viskosität und jetzt habe ich eben die optimale. Die optimale finde ich jetzt für mich eben optimal, um das Wortspiel mal ein bisschen weiterzuführen. Aber ich glaube, da kann auch jeder so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen machen und ich weiß, dass bestimmte Effekte eben mit anderen Epoxidharzenfirmen halt besser gehen, weil da eben eine andere Festigkeit halt auch hinter steckt, also Flüssigkeit. Und dementsprechend, genau. Ich versuche natürlich jeden Tropfen zu nehmen, der da ist. Deswegen dauert das auch einen Moment länger, dass das rausläuft, weil das der letzte Rest aus der Flasche war. Und genau, es wird auf jeden Fall dieses Epoxidharz wird 1 zu 1 gemischt, das heißt ein Teil Harz, ein Teil Härter. Und ich mache es nach Grammzahlen. Es gibt auch Harze, die werden hauptsächlich nach Milliliter oder Liter gezählt, was für mich aber, wie gesagt, hier nehme ich es jetzt einfach nach Grammzahlen und das macht sich ganz gut. Und unbedingt darauf achten, dass ihr wirklich relativ genau auch seid, weil das einfach sonst nicht fest werden kann. Also da muss man schon so ein bisschen drauf achten. Ich sage mal, wenn es jetzt 0,2 oder ähnliches Unterschied ist, das ist jetzt nicht das Ding, aber es ist halt sehr, sehr wichtig. Dann wird sehr genau geschaut, bitte, wenn ihr das Ganze mischt. Es ist aktuell, seht ihr, ist relativ klar, auch wenn es jetzt nicht ganz so schön zu sehen ist. Aber sobald man anfängt zu rühren, wird das Ganze so ein bisschen milchig und schlierig und das solltet ihr natürlich auch wieder wegbekommen. Das heißt, wenn ihr dann fertig seid mit dem Mischen, man sagt so im Schnitt, so vier Minuten sollte man das Ganze rühren. Aber eigentlich sollte man es letztendlich schauen, dass das auch vom Optischen her passt, weil es bringt nichts, wenn ihr vier Minuten gerührt habt und das aber nicht ordentlich. Ihr solltet die Ränder auch mitnehmen, dass die Ränder halt gut mit auch immer mal abgekratzt werden und dadurch, so sollte es auf jeden Fall auch wieder klar aussehen, wenn ihr fertig seid. Ja, was ist noch wichtig? Neben den Handschuhen und allem drum und dran, ich versuche die Dinge, die Materialien, die Becher und so auch öfter zu nehmen. Das heißt, ich lasse die immer austrocknen oder aushärten und nehme sie auch noch öfter, auch die Holzstäbchen und allem drum und dran, weil das macht sich auch ganz gut. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist es halt nicht mehr möglich, aber so spart man unheimlich viel Material und man kann eben auch dadurch so ein bisschen die Umwelt schonen. Ich habe leider vergessen, mein Handy auszumachen, deswegen kam eben der Jingle. Aber ich habe es jetzt nachgeholt. So, genau, dann solltet ihr, wenn möglich, immer eine Maske tragen. Ich mache es zum Teil, je nachdem, wenn ich auch direkt dabei spreche, mache ich immer weit das Fenster auf, damit die Düfte, die Dämpfe dazu nicht in dem Zimmer so stehen bleiben. Es sollte, wenn möglich, ein Extrazimmer sein. Und genau. Ihr seht, ich habe jetzt fertig gerührt und, also ich habe jetzt euch beim Rühren nicht mitgenommen, muss ich mal sagen. Ich fand das unnötig. Aber gut, wie gesagt, falls ich das nochmal machen sollte, sagt mir gerne Bescheid, falls ihr das gerne auch nochmal sehen wollt. Und dann nehme ich euch natürlich auch beim Rühren nochmal mit. Und genau, ansonsten, es geht wieder um Seifenschalen. Und ich habe zwei echt tolle Formen. Ich finde die wirklich echt schön. Und ich kann es auch schon vorwegnehmen, ich finde auch die Ergebnisse sehr, sehr schön. Und genau, ich nehme auch wieder die Alkohol-Ingfarm. Auch die finde ich sehr, sehr angenehm. Aufgrund dessen, weil die Ergebnisse so unglaublich schön sind. Ihr werdet sehen, wenn ich es mache, dass das für mich halt immer etwas ganz Tolles ist. Und genau, ich lege in der Regel aktuell immer Zeva drunter. Aufgrund dessen, weil ich sie meistens irgendwie nochmal irgendwo hinziehe. Ich arbeite ja immer an dem Tisch, muss aber eben schauen, weil ich eben diesen Tisch nur habe. Und dieser Tisch bietet nicht so viel, wenn ich mehr bastle, dass ich da mehr Möglichkeiten habe. Also dementsprechend mache ich Zeva drunter, weil es dadurch viel, viel besser geht. Mittlerweile, ich habe auch daraus gelernt, vorher habe ich immer nur auf dem Tisch gearbeitet, ohne eine Unterlage. Und habe irgendwann die Farben nicht mehr weggekommen vom Epoxidharz. Also nicht mal, dass ich schon irgendwas angemischt habe, sondern nur diese reinen Farben. Die Pulverfarben. Und dann habe ich eben, wie gesagt, irgendwann eine Unterlage mit dazu genommen. Und freue mich da eigentlich drüber, dass ich das jetzt für mich so entdeckt habe, dass ich eben auch das mit den Mülltüten mache. Die Mülltüten kann man unheimlich oft wieder nutzen. Und kann sie dann einfach austauschen, wenn man es nicht mehr braucht. Und man kann dort nochmal Müll reinpacken. Also auch da wieder sehr, sehr umweltfreundlich, das dann so auch zu machen, dass man die Dinge halt wesentlich öfter nutzt. So, ich habe jetzt das normale Epoxidharz reingemacht und habe jetzt dann auch die Alkoholingfarben reingetropft. Dort ist wichtig, dass ihr einmal eine Farbe, wie jetzt hier das Lider habt, und einmal das Piñata Weiß. Ich habe jetzt Piñata, es gibt auch andere Firmen, aber ich habe jetzt, weil ich es damals als erstes gesehen hatte, mit dem Piñata jetzt gemacht. Und dann kommt auf diese Farbtropfen, kommt dann dieses Piñata Weiß. Weil das die Farbe nach unten drückt und diese Effekte zustande bringt, die ihr nachher dann seht, wenn ich es aus der Form raushole. Ihr müsst so ein bisschen schauen. Zu viel Farbe ist auch ungünstig, aber ein bisschen Farbe macht halt Sinn, weil sonst sehen die Effekte ein bisschen langweilig aus. Und habe da so ein bisschen mich also farblich ausgetobt und ist halt alles Geschmackssache, welche Farben man miteinander vermischt und wie man sie macht. Man kann natürlich, ich sehe es oft bei anderen TikTokern oder auch YouTubern, dass sie halt danach durch die Farben nochmal durchgehen mit dem Stäbchen und das wie nicht umrühren, aber zumindest da nochmal durch die Farben durchgehen. Auch das ist Geschmackssache. Ich mag die Effekte eigentlich sehr gerne ohne dieses Umrühren. Aber auch das, ich werde es bestimmt auch mal mit Umrühren machen. Also keine Sorge, ich werde es für euch auch gerne nochmal ausprobieren und schauen, ob das so am besten funktioniert. Und während ich jetzt gerade tropfe, wenn euch der Kanal gefällt, wenn euch das Video gefällt, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo freue ich mich natürlich auch sehr. Wir sind aktuell über 300 Abonnenten und ich danke euch allen sehr, dass ihr da seid. Und freue mich auch über jeden Einzelnen, der jetzt noch dazu kommt, der vielleicht die Videos später mal sieht. Und freue mich da sehr. Ich lade in der Regel so ein, dass zwei Videos hoch. Das eine Video ist ein Bastelvideo, das lade ich immer um zwölf hoch. Ich habe bisher seit Wochen kein Wochenende ausgelassen. Ich hoffe, das passiert jetzt auch nicht. Ich schaue immer, dass ich es vorher fertig habe, weil ich ja nebenbei noch Vollzeit arbeiten gehe. Dadurch sind manche Sachen einfach schwierig. Manchmal ist einfach Basteln auch nicht so einfach in der Arbeitswoche. Und dementsprechend schaue ich aber, dass eben, wie gesagt, sonntags immer um zwölf das Bastelvideo hochkollern wird. Falls ihr da Ideen habt, was ihr gerne sehen wollt, gerne Bescheid sagen. und mir in die Kommentare reinschreiben. Und um 16 Uhr lade ich in der Regel ein Musikvideo hoch. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wenn ich gerade bei irgendwo abends weggegangen bin und das sich gerade anbietet, dann lade ich auch das schon hoch. Dann wird in der Regel ein komplettes Konzert auf YouTube hochgeladen. Wenn nicht, nehme ich gerne alte Sachen, weil nicht jeder möchte einen ganzen Auftritt sehen, sondern vielleicht auch nur ein Lied und dadurch lade ich oft eben ein Lied nur hoch. Und von irgendeinem Auftritt, was ich noch so habe, ich habe ja etliches so in petto, so in Richtung, ich bin meistens so rockmäßig unterwegs, habe aber eben auch viel auch deutsche Interpreten schon gesehen und freue mich da halt immer sehr, wenn ich da halt hingehe. Durch Corona war es ja nicht so möglich eine Zeit lang und dementsprechend umso mehr freue ich mich, dass es jetzt möglich ist und dass wieder ein paar Sachen einfach wieder gezeigt werden. So, hier ist jetzt die Kombi so ein bisschen mit Blau, Pink, wobei ich mich da viel ausgelassen habe, eben halt mit Blau, Pink, Gelb, Grün, also eigentlich fast mal, was meine Palette so hergab. Und ich bin gespannt, was ihr vielleicht dazu sagt, wie das Ergebnis ist. Übrigens, das Epoxidharz braucht immer eine Weile, bis das ausgehärtet ist. Dieses, was ich jetzt nutze, das braucht 24 Stunden. Man kann bestimmte Sachen auch nach ein paar Stunden schon, also zum Beispiel nach 10 Stunden kann man es auch rausnehmen und zum Beispiel mal eine Schale draus machen, werde ich bestimmt demnächst auch nochmal machen. Aber ansonsten sollte man es schon gerne drin lassen für 24 Stunden und das erst dann rausholen. Nicht, dass es zu weich noch ist und sich das Ganze verformt und das wäre dann tatsächlich sehr, sehr schade. Mir ist auch bisher nur ein einziges Mal und das ist ziemlich am Anfang etwas nicht hart geworden. Das lag aber eben auch daran, dass ich nicht richtig umgerührt habe und ich vermute auch die Mischung auch nicht ganz hundertprozentig war. Aber ja, die Formen sind übrigens sehr, sehr gut. Ich mag sie sehr. Sie haben schöne Stabilität auch und dadurch sind die Formen von den Seifenschalen jetzt auch sehr schön rausgekommen und glänzen auch sehr, sehr schön. Es gibt ja auch andere Arten. Es gibt ja auch so Mädchenergebnisse. Und ja, und hier seht ihr die Ergebnisse. Ich liebe sie. Schreibt mir gerne rein, was ihr denkt. Und ich sage schon mal Tschüss. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch einen schönen und ich hoffe, dass ihr nächste Woche dann wieder einhaltet, wenn ich wieder was hochgeladen habe. Und dementsprechend sage ich einfach jetzt Tschüss. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch einen schönen Tag.